Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Pascal Nien mit, wie angekündigt, einem neuen Let's Play. Da MyFrizu ausgeschieden ist, sind wir jetzt bei PharmaRama und ich hoffe, dass wir uns viele Stunden hier verbringen werden mit... Naja, fangen wir mal ein. Hallo Pascal Nien, 94, willkommen auf unsere schönen Farben. Leider hat sich lange keiner mehr um uns gekümmert. Der Acker ist zugewachsen und die Ernte ist beinahe verdorrt. Kannst du uns ein wenig zur Hand gehen? Ja, komm, wir sind heute mal dabei, wir gehen mal zur Hand. So, Weizenernten, kein Problem. Klick auf das Weizenfeld und drücke auf Ernten. Okay, ernten. Ah, ist ja... Oh, da muss ich einsammeln hier? Ne, da muss ich nicht einsammeln. So, okay. Juhu, sehr gut. Jetzt haben alle Tiere auf dem Hof endlich wieder genug zu essen. Belohnung 100. Tulpengulden, oder wie viel sind da hier? 100 Tulpengulden? Warte mal, ich muss jetzt mal gucken. Ich meine ja... So, achso. Drei Salat soll ich pflanzen. Und drei von dem Weizen. Toll, das hat ja... Toll, das hast du großartig gemacht. Belohnung. 100 Wasser, 100 Kompost und 100 Erfahrungs... Äh, 50 Erfahrungsmonte. So. Ich hab einen Tipp für dich. Mit Wasser und Dünger, äh... Wachsen deine Feldfrüchte schneller. Lass uns deine Feldfrüchte düngen und bewässern. Okay, machen wir halt mal. So, Wasser... Achso. Super, jetzt wächst... Achso, jetzt hab ich das Falsche gemacht. Egal, so. Alle Felder schon besetzt. Äh, besät. Besät, besät. Ey, da steht besät, Mann. Ey, Junge. Da steht besät. Okay. Äh, alle Felder schon besät. Komm, wir, äh... Legen neue Felder an und, äh... Machen den Acker fruchtbar. Fruchtbar. Fruchtbar hört sich ja schön an, ne? Naja, wollen wir erst mal. Äh, packen wir hier einen hin noch. Packen wir da einen hin. Packen wir da einen hin. So. Klasse. Jetzt kann es, äh, mit der Farmerei so richtig losgehen, Mann. Aber richtig. Oh, wir haben, äh, 30... Äh, 300 Dings gekriegt. Ist ja wie bei... Wer mit Millionär verdoppelt sich auch immer. Wie wäre es mit etwas Abwechslung? Boah, mir läuft die Nase. Ich muss gleich erstmal in der Aufnahmepause mir die Nase putzen. Ich kann ja gar nicht richtig lesen dabei. Wie wäre es mit ein... Äh, boah. Wie wäre es mit etwas Abwechslung? Wir Tiere finden Moorrüben ganz besonders lecker. Komm, lass uns dreimal Saatgut in der Sämerei kaufen, damit wir welche anpflanzen können. Okay, machen wir das mal. Gehen wir in die Saatgutreider. Und, was wollten wir möhren? Da steht doch. Drei Stück kaufen. Äh, möchtest du wirklich? Ja, möchte ich. Und dann raus da. So, dann pflanze ich hier die Moorrüben. Ne, ich hoffe aber, das wird uns hier sehr viel Zeit und sehr viel Spaß machen, das Video. Wunderbar! Bald sind die Moorrüben reif. Vergiss nicht, sie frisch abzuhernten, wenn es soweit ist. Belohnung, 500, äh, Turmgulden. Huhu, wie wäre es mit ein etwas... Äh, ich kann irgendwie... Wie viel, wie viel Minus haben wir jetzt? Boah, ich muss doch warten, ey. Meine Nasen muss putzen. Huhu, wie wäre es mit einem Apfelbaum für unsere Farm? Komm, wir kaufen einen in der Baumschule. Ja, klar, machen wir doch. Einen Apfelbaum. Ähm, 300 kostet der Sausack. Wer macht denn nichts? Ich hab's ja. Den hauen wir dann erstmal... Hier oben können wir den hin hauen. Da, fertig. Perfekt, unsere Farm macht wieder richtig etwas her. Ich hab gerade Hühnerfutter gekriegt. Da heißt es, jetzt kommen Hühner... So. Auf dich ist Verlass. Äh, übernimm unsere... Unser Hof. Ich bleib als Dankeschön bei dir und warte im Inventar auf dich. Außerdem werde ich dir weiterhin hilfreich zur Seite stehen. Einmal Taube. Was soll der Scheiß denn? Die Hühner sind los. Huhu. Ach ne, Uhu heißt er. Ne, nicht Huhu. Boah, bin ich doof. Uhu. Wie wäre es mit einem Hühnerstall für unsere Farmen? Komm, wir kaufen einen in der... Zimmerei? Hä? Ach so, ja, Holz, klar. Einen Hühnerstall macht bock, 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 bock. Dass keine Küken piept. Dass keine Küken piept. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Okay, einen Hühnerstall. Den Paum war dann mal... Fortschritt, ja. Ne, ne, ne. Da hin, dazwischen können noch zwei Äpfel brauchen. Perfekt, unsere Farm macht wieder richtig etwas her. Hat er gerade schon gesagt. Jetzt kriege ich Tulpen. Ne, wie heißt er? Truhen, na. Truhengeld. Die Hühner haben Hunger und Durst. Nur wenn sie satt und zufrieden... Ach, satt. Ich hau mich heute noch in die Tonne. Wenn sie satt und zufrieden sind, bringen sie Nachwuchs auf die Farm. Nachwuchs? Jo, Nachwuchs kann man verkaufen. Das hört sich geil an. Dann machen wir das mal. Dann kriegen wir jetzt erstmal ein bisschen Hühnerfutter. Und ein bisschen Wasser. Klasse! Jetzt kann es mit der Farmerei so richtig losgehen. Bring deine Farm weiter auf Vordermann. Machen wir, Schatz. Machen wir. Machen wir. Allein unser selbst hergestelltes Hühnerfutter schmeckt am allerleckersten. Auf, auf. Wir stellen welches in der Mühle her. Okay, machen wir doch. Da ist die Mühle. Dann brauchen wir auch Hühnerfutter. Wie viel wird denn hergestellt? Eins. Okay, mischen. Wie lange dauert es so weit? Drei Minuten. Hört sich geil an. So. Lecker, lecker. Deine Hühner sind ganz hin und weg. So. Passt. Ist ja geil. Ähm. Und jetzt? Mentorsdach. So weit lese ich mir jetzt gar nicht durch hier. So ein Scheiß. Äh. Ist ja beide das gleiche Knopf hier, ne? Was ist das hier für einen Scheiß? Achso. Ja, und was muss ich jetzt machen? Ist jetzt hier irgendwas, äh. Irgendwas, äh. Wie soll ich sagen? Ja, ja. Wir gucken uns jetzt erstmal hier ein bisschen um. Oha! Das ist ja echt groß geworden hier, ne? Was ist das hier? Hier geht's zur Bahamara. Hauptinsel. Ja, ich will da hin. Warum geht das nicht? Ach, dafür wohl... Ach, okay. Hier geht's wieder mit den Kisten. Das kenn ich schon. Ich soll einen Kuchen... Ein Stück Kuchen mit dem essen. Dann soll ich ein Geschenk öffnen. Und dann ist da Wasser drin. Dann ist da einmal an der Mühle drehen drin. Du hast folgendes Geschenk. Zehnmal Wasser, einmal Freidreh. Komm morgen wieder um. Wolle Baum hat eine neue Überraschung für dich. Ja, danke. Sehr lieb von dir. Möchtest du wirklich ausloggen? Nein. Achso, da geht's wieder zurück. So. Ne, ne. Jetzt wollte ich mit euch mal eine Mühle drehen. Da ist die Mühle. Ne, das Spiel ist, ähm... Ist ein Browser-Game. Das findet man auf verschiedenen Seiten. Gibt einfach im Internet www.pharmarama.de ein. Oder direkt bei Google Pharma-Rama. Ähm... Ja. Was soll ich dazu sagen? Macht fun. Ist Zeit aufwendig. Also man kann auf jeden Fall viel Zeit damit... Oh, wir haben nochmal zwei Freidreher zu bekommen. Dann drehen wir halt auch nochmal zweimal. Ich hoffe, wir haben jetzt etwas Glück. Ich muss 50 Mal... Muss man, ist das auch schön. 50 Mal... So, dann haben wir noch einen Freidreher. So. Kompost? Naja. Kann man, glaube ich, gut verkaufen. So. Dann haben wir auch alles. Dann, was wird hier gemacht? Die Werkstube steht hier leider erst ab Level 8 offen. Aber hier noch was. Der Mark, äh... Der Mark steht hier leider erst ab Level 3 offen. Aha. Aha. Hier war nochmal so komische Missionen, die konnte man machen. Ist das hier? Pharma-Ausstatter. Achso. Das ist die Post. Das kenne ich. Hier gab es immer die Mission, die man machen konnte. Ach da. Warum renne ich da immer vorbei? Hier soll ich zum Beispiel... Was ist das denn? M6 Coins. Meine Maus zappelt rum. Ich glaube, die brauchen neue Batterien gleich. Ähm, ich glaube, das ist jetzt auch erst mal jetzt das Ende. Ähm, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich sofort wieder. Ähm, war jetzt erst mal Aufnahmepause, dann kann ich auch mal meine Nase putzen und noch was trinken. Dann bis später. Ciao.